Adi Schatz, alles Gute, alles Gute, alles Gute, Adi Schatz. Wir brauchen heute die 22. Adi, guck, adi, guck, ah, nicht die Tüte, nicht die Tüte. Guck mal, wie es zuckelt, die Tüte so rummacht, ja, ja, man, Bruder, da stehst, ich büsse deine Augen, guck, so ein Schmal, oh, 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 oh dieses Türchen Nummer 22 kommen vom Karls Adventskalender für 90 Euro. Alte Bauernregel. Selbst ein kurzes Bad macht schön den Wintertag. So, das ist schön. Und hier ist, handgemacht in Rövershagen, Erdbeerbadepulver. Das ist nicht für die Nase, das ist für die Wanne. Und dann seht ihr aus wie Susanne. So, das ist richtig schön. Ob das schmeckt, weiß ich nicht. Dann ist bestimmt die Janse Badewanne zu. Was wir jetzt haben für Bier, da konnte ich meinen Augen kaum trauen, denn ich habe es, glauben, ich habe es fast gar nicht aus dem Kalender rausbekommen, weil es so einen dicken Bobs hat. Wo kommen die dicken Böpse her? Eigentlich aus Amerika. Das ist aber französisches Bier. Glaube ich zumindest. Es hat einen super schönen goldenen Kronkorken hier. Der sieht richtig toll aus. Guck dir das an, Bier-Schanga. Da ist hier Gersten, Malz, Hopfen, Weizentropfen, alles drauf. Dann habt ihr hier, wie an der verdorbenen Weinflasche, habt ihr noch sowas, so rund, so ein rundes Etikett, also so eierförmig. Da steht, Biere Blonde, La Guadal, Allons Anciennes. Und dann weißt du schon, das muss französisch sein, denn dann guckst du hier unten hin und denkst, auf dem Fettbauch ist auch nochmal ein Etikett. Eine dunkle Flasche, sieht für mich aus wie ein Wein, hat für mich absolut nichts mit Bier zu tun. Mag ich nicht, ist mir viel zu pompös, viel zu, oh, Null Punkte fürs Etikett von meiner Seite aus. Hinten steht irgendwas mit Francais, vorne steht Onze Tradition, Froment de Blé, Bier Blonde, Allons Ancien, Où Blond le Flindré, L'Uvres Horté, und Fermentation auch noch. Das hat auf jeden Fall 7,2%. Das ist jetzt das härteste französische Weinbier, was wir je hatten. Kriegt trotzdem Null Punkte von meiner Seite aus. Der Rotkorken ist schön, aber der Rest ist mir dann wieder zu edel und eidel und billy eidel und joa, jetzt füllen wir das mal ein und das muss halt so aussehen. So, jetzt wird es eingefüllt. Vielleicht kann mich ja trotzdem die Farbe und der Geschmack überzeugen und ich dürfte mich nicht vor so edlen Tropfen irgendwie zurückziehen und verweigern. Ich muss das alles auch nicht zukommen lassen. Jetzt geht es noch nicht mal ganz rein. Das ist schade. Wir können es uns angucken. Also die Farbe ist eigentlich richtig gut. Es ist schön klar. Es ist schön, es sprudelt. Es hat eine schöne Schaumkrone. Neben der Klarheit ist es nicht zu hell. Es ist schön kräftig. Es ist schön kräftig golden, halb malzig von der Farbe her. Diese Farbe ist fünf Punkte. Fünf Punkte für die Farbe. Komm mal zum Geruch. Riecht gerade wie ein Weizenbier. Oder Weißbier, Weizenbier, Bananenweizen, Heweweizen. Finde ich gut. Ich mag das ja, weil ich das mag und das auch so danach riecht. gebe ich hier fünf Punkte für den Geruch. Weil es ist so ein bekannter Duft, der dir einfach ein gutes Gefühl gibt. Kommen wir aber noch zum Geschmack. Vor allem 0,5,5. Da brauchen wir jetzt nochmal 0 und dann haben wir den den umarmenden Reim gefunden, ohne dass ich was gereimt habe. So, es hat so eine typische Note, ja, von einem von einem Weißbier, von einem Weizen. Weiß und Weizen ist ja wieder was anderes, oder? Es ist dasselbe, es ist das Gleiche, es ist so ähnlich. Ich hätte 7,2 Prozent. Da stellst du dir jetzt heftige Plörre vor. Aber irgendwie geht das voll klar vom Geschmack her. die Farbe, der Schaum, der Geruch, alles. Ich muss nochmal probieren. Es ist beim Trinken an sich nicht zu stark. Du kannst viel Schluck nacheinander nehmen. Du kannst aber auch nur dran nippen und jeden einzelnen Schluck genießen. Du hast eine süß, säuerliche, leichte Note. Gefühlt schon was cremiges. Und dann hast du am Abgang aber auch irgendwas Herbes. Was jetzt nicht sonderlich störend ist, was dir aber einen richtigen Biergeschmack, ein richtiges Bierfeeling gibt. Du denkst nicht, du trinkst irgendein Wasser oder irgendeine Limonade. Du merkst dann richtig Bier. Ich glaube, so muss ein Bier einfach schmecken. Dass es diese verschiedenen Punkte erreicht und durchlebt, ohne dabei dich zu überfordern und zu stressen, sondern einfach interessant zu bleiben. Wie ein Bananenweizen ohne Banane, aber mit mehr Bums. Das finde ich gut, das finde ich interessant. Fünf Punkte sind es für mich dennoch nicht, weil es halt zu bierig und kräftig ist. Deswegen vier Punkte können wir geben. Das ist was Edles. Das ist was Edles. Das ist ein edler Tropfen. Jetzt finde ich schade, dass ich null fürs Elikett gegeben habe, denn es soll noch was aussehen und es ist auch was Besonderes. Ich würde es niemals kaufen, wenn ich es im Fachhandel sehe und dann geht so etwas an mir vorbei, dass es trotzdem richtig gut sein kann. Vier Punkte für Geschmack. Also dieses französische Bier hat mich echt überrascht. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Jetzt schmeckt es plötzlich die Pale Ale nur noch bitter. Jetzt wären es vielleicht drei oder zwei Punkte. Ne, wir bleiben bei der Vier. Das muss man halt genießen. Ciao. Ciao.